So, wir lernen jetzt Lettisch, also ich, weil hier neben mir ist der Letter Francis. Und ich würde gerne wissen, was bedeutet, wie geht es dir auf Lettisch? Und was sagt man dann als Antwort? Liebe. Und wenn du sagst, mir geht es gut? Man geht Liebe. Man geht Labi. Und was heißt Auf Wiedersehen? Aus Rezeschanos. Nochmal? Aus Rezeschanos. Ja, Aus Rezeschanos. Okay. Und wenn man sagen will, ich... Okay, ciao. Gibt es auch so etwas wie Ahoy oder so? Also so Hallo, einfach nur Hi. Hallo ist Ciao. Ciao. Also Italienisch sozusagen. Ja. Und wenn man sagen will, ich bin krank. Es ist ein Muslims. 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 Ja. Ja. Da haben wir doch heute schon viel gelernt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.